Ihr backt die frischen Weckerl auf unserem Tisch. Ihr sorgt für das gesunde Essen auf unseren Tellern. Ihr füllt uns die Regale in den Supermärkten. Ihr betreut unsere Kinder, während wir arbeiten. Ihr bildet uns. Ihr haltet unsere Welt sauber. Ihr seid das Wir. Wir sind die Arbeiterklasse. Zeitung der Arbeit. Für die Klasse. Mit der Klasse.